Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Wie kann man sich die Zielrichtung von deutsche Startups vorstellen im Konzert dieser Gründermedien, die es im Digitalen so gibt? Also deutsche Startups sollte von Anfang an das Medium sein, das jungen Gründern hilft, bekannt zu werden. Dass einfach sozusagen sie mit Hilfe von deutschen Startups in der Szene einfach Gehör finden können und zu sagen, hey, da ist auch noch jemand, der macht auch was und das könnte vielleicht ein bisschen cooler sein als das, was es schon alles gibt. Wenn man sich da so anschaut, wer bei deutschen Startups noch als Investor mit drin hängt, findet man den European Founders Fund, der Samwa-Brüder und Holzbring Ventures. Was haben die mitzureden? Die haben gar nichts mitzureden, weil deren Zielsetzung war einfach jemanden zu finden, der über die Szene berichtet, der sozusagen dafür sorgt, dass das Thema Gründerkultur, Startup-Kultur in Deutschland groß wird, bekannter wird und in die tägliche Arbeit mischen sie sich nicht ein und interessieren sich, glaube ich, auch nicht für uns. Das heißt, keine Standleitung zu Oliver Samwa? Keine Standleitung zu Oliver Samwa und wir telefonieren auch nicht jeden Tag, nicht jede Woche. Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Wer hat denn inhaltlich den Hut auf im Tagesbetrieb bei deutschestartups.de? Also inhaltlich den Hut auf habe ich, in der Regel ich, die meisten Mails bis zu 500 kommen pro Tag in mein Postfach. Ich sortiere, ich wähle aus, bei bestimmten Themen spreche ich dann mit einzelnen Autoren und zu sagen, manchmal braucht man ja auch mal ein bisschen Hilfe. Es gibt auch Themen, die ich auf den ersten Blick nicht spannend finde, aber andere im Team spannend finde. Wir organisieren uns komplett über Asana als To-Do-Liste. Da kommen alle Infos rein. Jeder Redakteur hat die Infos, die ich habe und kann somit auf alles zugreifen. Das heißt, deutschestartups.de ist eigentlich auch gleich alexanderhüsing.de? Deutschestartups.de ist auch immer ein bisschen alexanderhüsing.de. Ich bin halt nun mal das Gesicht nach außen. Ich mache das seit acht Jahren und das hat Vor- und Nachteile, dass einige aus dem Team manchmal zu wenig wahrgenommen werden. Aber letztendlich ist es für uns auch so gewollt, dass es eine Person gibt, die nach außen für Deutsches Startup steht. Startups sind ja auch immer so ein Hype-Thema. Wie lange wird dieser Hype noch anhalten und kann das möglicherweise auch, wenn das mal vorbei ist, deutschestartups.de ins Verderben ziehen? Ich glaube, dass sozusagen durch die tägliche Berichterstattung, die wir machen, dass wir im Moment nicht in der Hype-Phase sind, sondern dass wir die gerade zum Glück hinter uns gelassen haben, dass nicht immer sozusagen die gleichen Säue durchs Dorf getrieben werden, durch jedes Medium der Republik, dass nicht mehr jede Woche jemand bei mir anruft und sagt, wir müssen jetzt auch über Startups berichten. Wir sind einfach in einem Zeitalter der Digitalisierung. Digitalisierung wird immer wichtiger. Es wird immer mehr Accelerator geben, immer mehr Unternehmen, Großkonzerne, die das Thema für sich entdecken und damit auch für uns immer mehr Leser. Natürlich wird es auch immer mal Phasen geben, wo das Thema ein bisschen unwichtiger wird. Und es wird immer mal irgendwie eine Down-Zeit geben. Aber letztendlich stellt das, glaube ich, unser Geschäftsmodell und unsere Berichterstattung nicht in Gefahr. Alexander Hüsing, vielen Dank.